Alter, guck hier nicht so gierig, Junge. Ich guck doch nicht gierig, du Spinner, warte. Und nimm deine Hand da weg. Halt die Klappe, Mann. Jeder muss mal. Oft machst du schwer, ne? Schwierigkeit festlegen und dann oft. Totale Zersehörung der Welt und so. Auf schwer. Yeah. Kannst auch herausfordernd nehmen. Nimm mal auf holen. Kannst du es noch? Nein. Herausfordernd geht erst ab Level 30, glaube ich. Okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh, oh. Ich glaube ich... Oh, oh. Oh nein. Jetzt müssen wir auf jeden Fall richtig aufpassen. Boah, das sind fast alles nur purpur, ne? Oh, ich schmiss ne Grenade. Oh, schmutz. Warte mal, ist Diablo schon da oder was? Ja, da hinten. Äh, ich schmiss nicht. Oh. Hier, ne? First target, low lives. Wenn's geht. Check. Scheiße. Wann ein Relo? Wär getroffen. Aber ich bin wieder... Fit. Nein. Welcher aus? Ui. Ja, die sind ziemlich nah dran, ne? Ja, ich muss auch zurück. Ich bin verwundet. Ja, ich will, aber warte mal. Ja, Arnie. Warte. Low, lass mich zurück, Arnie. So. Okay, danke. Okay, ich hab meinen Hauptboost jetzt gerade aufgebraucht. Ja. Fuck. Okay, einer ist da. Irgendwo werde ich beschossen aus seiner Richtung. Dahinten ist noch einer. Alter. Boah, Junge. Das ist noch einer, aber ein normaler. Hier, schießt doch irgendwo ein Sniper her. Da. Ja, der hat mich. Du bist down, oder was? Wo ist der? Ich hol dich. Ich bin down. Du musst ja eher Bescheid... Ich hol dich, ich hol dich. Ja, wo ist dieser Scharfschirmtze? Ganz hinten bei uns. Mein Gerüst war der ja gewesen. Okay, sehen. Achtung, auf dem Gerüst sind auch immer welche. Der ist jetzt unten. Alter. Alter, wieso haben sie sich alle auf mich eingeballert? Warte, ich hab die meiste Granate, damit wir ein bisschen Luft kriegen. Sniper ist immer noch am Leben. Ich komm grad nicht an ihn ran, aber ich nehm die unten im Visier, weil die sind zu viele. Bis wir erstmal loswerden. Jo. Alter, Schwede, die fressen aber. Ja, ich mach nur... Ich versuch nur Headshots zu machen hier. Ja, ich versuch's auch. Mehr oder weniger. Die halten voll viel. Aber 23.000 Schaden per Hit, ey. Warte. Hinter mir ist einer. Fuck das doch. Der blöde Scharfschütz ist hinter mir. Ich komm. Alter, ich wurde verwundet. Das Team ist getroffen und hat euch das nicht mehr. F. Hab sie gleich. Einen noch. Einen Schuss noch. Komm, warte. Ja, ist weg. Ja, ist mal ne andere Hausnummer, ne? Jojo. So ist es doch mal interessant. Den lassen die aber auch nicht besseres Loot liegen. Na, ich hab schon blauen Loot gehabt bis jetzt. Ich auch schon. Du machst halt so wenig Schaden. Warte mal. Was denn? Ey, Kollege, weißt du, wo es geht zur Schießerei? Ja, ich hab noch einen Meter drühe, sagt er. Oh. Ja, wie? Oh. Ich mach den Grenade-Wixer da oben weg. Wir haben auch direkt welche bei uns. Oh. Ja, ich bin down. Ich bin auch schwer gebrochen. Scheiße, warte mal. Ja, warte, warte. Mensch. Ich muss doch selber gucken, dass ich hier überlebe. Ja, einfach mal die Pflaster zücken, Jumann. Haha, ich schmeiß dir Liste mal ein Pflaster hin, du Arsch. Kann nicht so schwer sein. Einer saun. Boah, fuck. Vorsicht, Banate. Gesehen. Saun. Achtung, bei uns. Bei uns blinden, Heini. Ja, erkannt. Ich bin auch verwundet, aber nicht allzu schwer, aber egal. Meine Güte, ey. Okay, bleib am Leben. Bleib am Leben, Diablo. Lauf. Muss gleich zu dir, also 20 Sekunden, dann kann ich zu dir kommen. Ich gehe ein Stück runter. Danke. Noch 10? Oh, ey, ehrlich. Okay, ich spawne neu. Boah, ein Treffer. Das ist hart, ne? Krass, ne? Die sind richtig krass. Ich bin da. Jetzt, wo wir alle erledigt haben, willst du, da kommt doch mal ein. Ja, natürlich. Erzähl mir hier was für ein krasser Typ, weißt du? Okay, was ist da los? Sieht aus wie ein Schüsseltest auf Signalstärke. Einer dieser Techies muss Ahnung gehabt haben. Sieht aus wie der Versuch einer Triangulation. Zu viel des Guten, aber nichts gegen hohe Ansprüche. Oh, schau. Da sind wieder ein paar. Ja. Ich mach den Sniper weg. Versuch's zumindest. Ich meine, sie. Lustigerweise. Wo ist die denn jetzt hin? Ach, da hinten. Oh, nein. 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 Das ist mit den weg. auch dabei meine richtung der Typ lässt mich nicht auf die Tussi schießen Tussi habe ich sehr gut Typ, Junge, ruhig dich doch mal da hinten da komm hoch Boah, leckt mich, Alter der Elektro-Schaden hat mir gemacht irgendwie, keine Ahnung Ja, das sind so Elektro-Granaten Achso, ja, hier oder Munitionskörper Jetzt leckt es ein bisschen bei der Aufnahme Das check ich nicht ganz Ron hat es nicht gemacht Ich muss eigentlich mehr als genug Speicherplatz haben Da kommt raus Da kommt raus Alter Ja, du kannst mich bitte wiederholen Danke Danke Kannst du ihn mal wiederholen? Ja Es sind aber auch viele, ey Ja Boah Boah, Junge, Junge, Junge Der Goldene kommt Fuck Fuck Ja, Blo Der Gelb ist bei mir Danke 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 Es fällt hier eine Granate nach der anderen ein Ja, ja Scheiße Ich werfe selber eine Granate Ja, einer ist bei uns Ja, einer ist bei uns Naja, zwei Oh, fuck Sunny Ja, ich habe es mitgekriegt, wartet Oh, drei Stück Ja, ja Ja, ja Hier, Deco Jo, nice Ich habe sie nicht abgekriegt Oh Oh, warte Eine Granate Ja, trotzdem, jetzt ist sie trotzdem wieder unten Ja, trotzdem, jetzt ist sie trotzdem wieder unten Ich bin nicht Wo lag jetzt Diablo? Ach, nach drüben Ja, ja, schon wieder da Achso Fuck Einer ist noch da Einer ist noch da Hier unten Da, genau Denen interessiert es auch gar nicht, dass ich ihm ins Gesicht baller, während er die Granate schmeißt Nö Er verschiebt sich ein Stück Ja Geht's denn nur hin? Wie an jeder Position dieser scheiß Guerill mir irgendwie ist Nicht zu mieten Man Ich liebe es, dass ihr mich seht und mit im Arsch anfängt Yo, Wreckers! Wir haben noch mehr Uniformen in unserem Papier Alle, die das hören, alle, die die Leuchtbackeln sehen, auf die Dächer! Es geht los! Keiner von euch jetzt kommt mir Boah, ist nicht wahr! Okay, war nur ne Flair Ne Flair sag ich schon, mal doch Flashbang Ist down Waffenkiste ist hier hinten Achso, die haben wir schon aufgemacht Sorry, ja, ich hab nicht dran gedacht Die hat grad noch mal kurz geblinkt Ja, bei mir blinkt die auch hin und wieder mal Endlich wieder Munition Ich hatte für die Sniper keine Muni mehr Besten, ich leg mich hier hin und Sniper von hier aus, oder? Mhm Willst du hier einen treffen? Ist doch ein Scheiß an, ob sie ich treffe Alle gehen sie mit Vorsicht, da hinten noch ne Bombe, ne? Mhm Hä? Ja, nicht wenn einer schon die Bombe erledigt hat, ne? Oh, good job, man Oh, good job Brauchst du nicht rummeckern, wenn du hoch gehst und noch die anderen da sind Was war denn hier am meckern? Ja, Leute Ja, Leute Beruhig dich wieder Oh, ich hab die Baseball mit 10 Weiß endlich Oh, oh Ja, Granate Grenade Incoming Ohhhh Oh, die Wolken Bissecke hier So, ich lade nach und aktiviere ich mein Skill los so viel damage wie möglich machen lange der skill noch aktiv ist das ist ja nicht mehr aktiv alter der ist nicht normal mit seinen Bomben hier ich bin blind und taub Ach da ist er fuck you oh ich bin blind wieder voll abgekriegt ja oh das piept ey was für richtiger Tinnitus ist noch weg jo nice alter ey was für ein kranker Typ oh mein Gott ey wer wirft da nicht mal loot ey ja er soll sich schämen ganz ganz klug oh Hilfe 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 ich bin auch verwundet ich bin auch verwundet wo ist nooo ne das hält doch nicht aus oder aah scheiße Paulim Paulim oh wollte ich gar nicht gerade zurückholen da kommt der Wichser mit der Schrotflinte zurück ey scheißen Dreck ey warte mal ich kann auch mal eben eine andere Waffe wählen Hörst du Spaß mit meinen Jungs? und es kommen noch mehr Hörst du Spaß mit meinen Jungs? gut dass ihr schon mal nach vorne geht ja ich hab diesmal gleich eine äh Granate auf Verdacht geschmissen Wuuuuh ok dann spammen wir mal ein bisschen Granaten alter ich wusste ja nicht wo ich hin soll ich bin verwundet Diablo warte ich komm schon ok alter echt vorsicht der Weiße stürmt vor ooooh ich bin hier die ganze Zeit fast nur am rumschumpen ich auch ach diesmal war sie gar nicht bei mir alter so jetzt wirds langsam überschaubar ja dahinten ist immer noch einer mit der Grenade ich nehm den Sniper er ist im Pupu und jetzt geht ja hallo von der rechts nach links von links nach rechts da du? ja jo warte alter jetzt hab ich mich verschmissen ab den goldenen sehr gut nur noch lila ist weg tschüss nervt gerade das ist teilweise so leckt alter das geht mir so oft ja irgendwie kann ich hier etwas einsammeln noch da hinten eine waffenkiste war ja nicht noch zufällig ne? Ne eine neue nicht sie wurde auf jeden Fall angezeigt aber bluten konnte ich natürlich nicht Ja auch Diablo Wir sind benebelt. Shoot him! Shoot him! Achtung, Schottie kommt zu uns. Ja. Ja. Noch ein. Nichts. Okay der ist da. Der ist weg. Alter. Alter. Einer ist wieder kurz vorm Hoch kommen. Schafft er nicht mehr. Nice. Alter, ich bin verwundet. Danke. Danke. Komm schon, komm hoch. Los. Sehr gut. Puh. Das dumme ist, den Typen verteidigen kommt jetzt erst noch. Ja, das richtig schwere kommt noch. Okay. Okay. Das ist einfach. Kein Problem. Was kriege ich hin? Cool. Ja, steht doch schon. Pumpe rechts. Ne, doch nicht. Granate. Wir müssen den Rechten erst töten, weil der auf unseren Typ wieder schießen kann. Ja. Hier unterläuft uns jemand. Ja, das ist nicht so schlimm, der kommt nicht hoch. Da kommt einer hoch. Ja, von hinten. Alles down? Jo. Das war's hier, ne? Ne, der kommt zur anderen Seite glaube ich gleich. Ne, er kommt wieder hier vor. Ui. Schön, dass du im Weg stehst. Als ob's daran lag. Ja, lag daran. Aber egal. Boah, mein Gott. Zu wenig Munition in diesem scheiß Magazin, ey. Okay, nachladen so schnell wie möglich, nicht den Loot aufsammeln. Ja, bleib fliegen. Es kommen gleich die nächsten. Jo, Sniper kommt raus. Boah. Jawel. 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 Danke. Wir haben kein Konto. Brand. Ja, Brand Munition. Ja, hab ich auch benutzt. Achso, gut. Oh, noch einer vom Tuch. Da kommt der nächste hoch. Macht weiter Druck. Wir machen euch platt. Alter, ich bin hier nur am Hatties verteilen, ey. Ich bin hier nur am Hatties verteilen, ey. Was? Naja, fast wenn ich mal treffe. Ja. Ich bin hier. Ja. Das Problem ist, die werden gleich unsere Leute killen. Oh, fuck. Ich bin unter Schock. Die killen den oben Ja, ich bin gleich dran Ist gleich da und oben Ja, schießt jetzt auf mich wieder Oh, wir haben Er lebt noch Er hat gerade gesagt, wir können nicht mal kämpfen Was? Oh, der hat sogar fast recht Ich hole dich zurück, Diablo Da kommt noch einer hoch Da ist noch einer übrig Ab ihm Boah, Alter Boah Wer kommt die nächste Welle? Ah, scheiße Ich muss Munitionen oder so Er ist wieder hier von der Seite Gani, pass auf Ich komme Wenn er euch viel bewegt, dann schießt er auf den Tor Achtung, hier kommt gleich einer hoch Er ist down Komm schon, komm schon, komm schon Okay, jetzt kommen sie von der anderen Seite Achtung, hier kommt einer hochgerannt Direkt Gleich Rechts Rechts Der unten ist fast down, ist down Ich bin verwundet Ich bin verwundet Komm her Ja, ich komme Ich crouche Achtung, kommt hoch Zwei Manate Bin wieder verwundet Bin wieder verwundet Ein bisschen du, warte Ich bin hinter dir, Diablo Oh, keine Munition mehr Fuck Okay, der geht wieder runter Unser Agent hat auch nicht mehr viel Leben Ja Aber das schaffen wir diesmal Sag mir Bescheid, wenn der hochkommt, der Pisser Ich kämpfe so lange gegen den Sniper Ich habe immer noch Brand Munition Voll geil Der da hinten brennt Ja Bei mir ist Skill aktiviert, ne Also ihr könnt jetzt auch rumholzen, wie ihr wollt Macht mehr Damage Jetzt ist er wieder offline Wo hab ich denn schon wieder hingeschossen Was auf den Gegner ist ja Ja, ja Ist der doch so langweilig hier, oder was Ja, ich glaube auch Wie schnell ist der Hab ihn Wir haben ihn Gut Job War es das ja, ne Antenne benutzen, ja Ja Dann lass uns erstmal ganze Scheiße einsammeln Boah ey Puh War das ne Geburt ey Deine Mutter ist ne Geburt, du Spass Ja, das war er so zusammen Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja ja, ja Untertitelung des ZDF, 2020